Bermattingen mit seinen 3.900 Einwohnern, den Weinhängen und urigen Fachwerkhäusern ist eine Gemeinde, in der man sich rundum wohlfühlen kann. Am Schleenhang, unweit des Ortskerns und zugleich mitten im Grünen entsteht dieses moderne Wohnareal. Auf einer Fläche von 3.500 Quadratmetern verteilen sich 17 Wohnungen, davon fünf in klassischer Doppelhaus- bzw. Reihenhausform. Beim Bau der Gebäude legen wir hohen Wert auf Nachhaltigkeit. Materialwahl, Energieeffizienz und ökologische Begrünung werden bei uns groß geschrieben. So sorgt ein eigenes Mini-Blockheizkraftwerk nicht nur für Wärme, sondern erzeugt gleichzeitig Strom für den Eigenbedarf. Die durchdachten Grundrisse sorgen in allen Wohneinheiten für offene und lichtdurchflutete Räume, die eine Wohlfühlatmosphäre verbreiten. Bodentiefe, ausladende Fensterfronten lassen die Sonne herein und geben den weiten Blick in die Natur frei. Die großzügigen Balkone bzw. Terrassen laden zum Sonnenbaden und gemütlichen Stunden an lauen Sommerabenden ein. Die ausgezeichnete Wohnqualität runden wir unter anderem durch Details wie barrierefreien Zugang, modernste Sanitärausstattung, Fußbodenheizung und elektrisch betriebene Rollläden ab. Lassen Sie sich vom Wohnen mit Atmosphäre und Charme überzeugen und genießen Sie die Zeit zu Hause. Rufen Sie uns an, wir beraten Sie gerne unter der Telefonnummer 07544 93 4561.